Ei-Ei-Kapitänin! Normalerweise kennen wir Jasmine Grace Grimaldi in glamourösen Looks und stets perfekt gestylt. Doch auf den neuesten Instagram-Bildern zeigt sich die uneheliche Tochter von Fürst Albert von Monaco von einer ganz anderen Seite. Im engen Neoprenanzug haben wir die hübsche Blondine nämlich noch nie gesehen. Die 26-Jährige macht beim Stand-Up-Paddling in Irland eine wirklich gute Figur auf dem Brett. Zuerst wird noch im Trocknen geübt und dann geht es auch schon ab ins Meer. Mit Paddel bewaffnet gleitet die Tochter von Albert über das Wasser. Von Unsicherheit ist hier keine Spur. Zu ihren Schnappschüssen schreibt Jasmine einmal ein Wasserkind, immer ein Wasserkind. Der Wassersport scheint ihr sehr viel Spaß zu machen. Was wohl klar? Die 26-Jährige hat definitiv die Anmut ihrer berühmten Großmutter Grazia Patrizia geerbt. Und obwohl die junge Frau erst seit einigen Jahren im Kreise der Adligen verkehrt, beherrscht Jasmine die Etikette perfekt. Immer wieder besucht die gebürtige US-Amerikanerin ihren Papa in Monaco. Ihre Heimat Amerika möchte sie bislang jedoch nicht verlassen.